Fürak greift noch den Tempel des Quells an, aber die Barriere heckt. Solange sie bestehen bleibt, ist der Weltenbaum sicher. Meritra, ich spüre eine Veränderung im Wind, wie in den erwachenden Strahlen der Sonne. Die Blüten, bevor sie sich entfalten. Eine mächtige, anschwellende Energie, direkt im Herzen des smaragdgrünen Traums. Die Blüte, sie hat begonnen. Erlebt, wie Amir Drasil zu blühen beginnt. Oha! Hoffentlich passiert da nicht auch gleich wieder was ganz Schlimmes. Ich kann spüren, wie die Energie in Amir Drasil anschwillt. Es ist fast überwältigend. Was könnt ihr mir über die Blüte erzählen? Die Blüte beginnt. Amir Drasil entzieht dem Lebensquell Kraft. Sie schwächt die Barriere. Fürak bricht durch, bevor die Blüte vollendet ist. Wir können Fürak nicht alleine stellen. Und unsere Leute können nicht in den Traum. Etwas versperrt den Weg. Wir können nicht auf Verstärkung warten. Wir müssen Fürak stoppen. Was es auch kostet. Uh. So viel zu dem neuen tollen Ereignis. Und warum ist jetzt alles grün? Um mich herum? Was ist das? Erblühen. Amir Drasil erblüht. Aber sehen tut man da jetzt nichts, ne? Oha. Was möchtet ihr von mir? In diesem Moment ist Amir Drasil am verwundbarsten. Wird seine Blüte als Hoffnungsschimmer in Azeroth erstrahlen? Oder wird sie der Herold des Untergangs sein? Es ist an uns, sein Schicksal zu beschützen. Und wir müssen es beschützen. Es ist ja interessant, dass Fürak so genau weiß, was passiert, wenn man wenn ein so ein Baum erblüht und so, ne? Er wollte ja die Quelle sowieso verderben. Vielleicht auch mit dem Wissen, dass der Baum die Quelle braucht und dass das, was in der Quelle ist, dann auch auf den Baum übergeht. Also quasi indirekt. Das heißt, er musste gar nicht zum Baum, sondern tatsächlich nur diese Quelle einnehmen und ich sag jetzt mal verseuchen. Ist das so? Hm. Niemand kann herein und heraus. Die, die da sind, sind jetzt da und müssen ihr Bestes tun. Erzählt mir von euren Träumen. Ja. Das maraktgrüne Traum ist die Verantwortung der grünen Drachen. Werden ihn verteidigen. Komm, wir was wollen. Oh, jetzt spricht. Alex Traser. Mirdrasil schöpft Energie aus dem Tempel des Quells, um sich auf seine Blüte vorzubereiten. Die Barriere, die den Tempel schützt, wird Firaks Angriff nicht mehr lange standhalten. Ich habe Boten durch ganz Azeroth geschickt, um Verstärkung zu erbitten. Haben Sie gerade nicht gesagt, es kann keiner mehr herein oder sowas? Oder Sie meinen, unsere Truppen können nicht hier herein? Ich verstehe es nicht so ganz. Hm. Aber Sie haben Ihr Ziel noch nicht erreicht. Etwas versperrt Ihnen den Weg in den Traum. Ja eben. Im Moment müssen wir uns auf die vorhandenen Kräfte verlassen. Ich bitte euch, zum tiefgrünen Pass zu reisen. Wenn es jemanden gibt, den ich an meiner Seite haben möchte, dann seid ihr das. Also ganz verstehe ich jetzt nicht, wo das Problem liegt. Denn die Barriere ist ja um den Tempel. herum, um die Quelle. Aber es gibt etwas, was Sie auch nicht benennen können. Etwas versperrt Ihnen den Weg in den Traum. Was? Da hat also irgendwas, irgendjemand einen Schutzschild hochgezogen, das nichts mehr hinein und vielleicht auch nicht hinaus kann. Ich glaube, wir werden es noch genauer erfahren. Wir müssen Führak vom Tempel fernheben, bis die Blüte vollendet ist. Der Sieg ist flüchtig. Wir können Führaks Aufmerksamkeit ohne Verstärkung nicht lange gefangen halten. Ich weiß, ich verlange Unmögliches. Wir müssen es versuchen. Wenn Führak Amir Drassils Herz erreicht, brennt ganz Azeroth. Hm, okay. Ihnen nach. Hier kann man wieder nicht aufsteigen. Und jetzt haben wir immer diesen Barber da außenrum. Als Zeichen, dass gerade die Blüte ist. Ich glaube, vielleicht irgendwelche Pollen, ähm, Pollenempfindlichen. Können wir das vielleicht nachempfinden. Eingeschränkte Sicht. Die Wildtiere sind in Gefahr. Wir müssen schnell handeln. Unterstützt die Rettungsmission, bevor es zu spät ist. Jetzt nicht. Später. Führak greift in die Schlacht ein. Gut. Wir wollen ihn möglichst weit vom Tempel fernhalten. Und ich bleibe da abgelenkt. Und das haben sich auch schon sehr viele versammelt. Alles, was hier mobilisierbar war. Aber ich fürchte, das ist nicht genug. So ein paar Hanseln hier. Da hinten kämpfen schon ein paar Bäume. Hm. Ich werde zuhören. Wir sind dankbar über eure Ankunft, Luna. Unsere Truppen sind versammelt, aber die Chancen stehen gegen uns. Ohne Verstärkung werden wir hier nicht mehr lange durchhalten. Hoffen wir, dass wir für Raks Aufmerksamkeit ablenken können, bis die Blüte vollendet ist. Das Leben überdauert. Die Primalisten haben überall in ihrem Lager große Flammenschutze errichtet. Bisher wissen wir noch nicht, warum. Ich habe unsere Bodentruppen befohlen, das zu untersuchen, aber sie werden dabei auf Schritt und Tritt behindert. Flammenschutze? Das ist wirklich erstaunlich, weil ich meine, sie sind Primalisten und tun mit den ganzen Elementen hantieren und vor allem die Flammen sind hier diejenigen, die hier eingesetzt werden und ihnen selber machen ja Flammen nix aus, oder? Besonderen Widerstand leisten zwei Feuerelementare, ermächtigt von für Raks Schattenflamme. Ihr müsst die Gegend von Gegnern säubern. Ich habe diese Schuppe mit meiner Magie erfüllt. Nutzt sie, um die Elementare und all jene, die euch im Weg stehen, zu schwächen. Bezwingt Kalderamor, Zyndrian und 15 feindliche Lauffeuergegner. Es mag sein, dass wir in der Unterzahl sind, doch dies hier ist mein Herrschaftsgebiet. Mein Herrschaftsgebiet. Und ich kenne einen Weg, um unsere Chancen zu verbessern. Nehmt diesen Beutel mit Samen, pflanzt sie in der Lauffeuerschlucht und die Feendrachen des Traums werden sie in Treanz verwandeln. Mit etwas Glück werden sie die Aufmerksamkeit von unseren vordersten Linien ablenken und unsere Bodentruppen verstärken. Pflanzdextraumsamen. Braucht ein bisschen Kanonenfuder, oder? Braucht und ich werden Führak stellen. Er brennt nach Rache. Führak wird euch persönlich töten wollen. Wir brauchen euch hier, Lebensbinderin. Es wird schwere Verluste geben. Na gut, ich bleibe vorerst. Vorerst. Okay, wir gucken erstmal, dass wir die Truppen schwächen, dann ist es auch vielleicht für Alex Strasse ein bisschen sicherer. Da vorne haben wir schon einen Erdhaufen, mit dem wir einen Triant pflanzen können. Rasch wachsender Triant. Super. Dann hole ich mal meine Tierchen und dann schnitzeln wir uns hier mal durch. Interessant, wir kriegen ja keinen los. Hilfe! Oh ja, warte mal. Oh, ich glaube, hier kriegen wir das in Tiefend gar nicht. Oder ist das Account-Wide? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, okay, mich hat es mal kurz umgelegt. Setzt Zorn von Frostherz gegen die, ne, nur gegen die Bosse ein, ne? Hm. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mich hier jetzt einfach nö mal umnutzt. Okay. Wir müssen eh in die Richtung. Und wenn Führer kommt, müssen wir halt schnell weg. Führer wird über Azharag herrschen. Huch! Und er auch noch. Musstet ihr hier alles weg. Dieser, dieser Flammen-Droide, der Chef von denen. Unsere Unsterblichkeit wird im Feier geschmiedet. Okay, jetzt hat er so ein Schild wieder, ich muss dann immer diesen Schutz hier und weil sie diesen eigentlich Eisblock abschmeißen, damit das ein bisschen abgekühlt wird. Oh, süß, wie der auch noch gegossen wird von den Gärtnern. Oh, nein! Oh, die da weg. Lodakin, naja, wie Moonkin, jetzt ist es halt Lauffeuer, Lodakin. So, jetzt machen wir noch den Zündili. Ja, das gefällt ihm überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind durch, wir können abgeben. Aber das ist hier tatsächlich nicht ohne. Es tut sich wirklich wie eine wilde Schlacht anfühlen, weil man halt doch weiß, so hoch, wenn man nicht aufpassen, dann fänden können wir ganz schnell umfallen. Unsere Verstärkung abzuschneiden wirkt zu berechnend für Führak. Aber nicht für Aschendil. Der Prophet der Flamme muss hinter allem stecken. Eine Bootin? Eine Boote? Was sagt er denn? Oder läuft er einfach immer hin und her und tut Meldung machen und dann läuft er wieder weg und dann kommt er wieder. Keine Ahnung. Ich hätte nicht erwartet, dass der Prophet der Flamme sich selbst in die Schlacht stürzt. Uns bleibt vielleicht weniger Zeit, als ich erwartet hatte. Der Traum leitet euch. Es freut mich, dass meine Schuppe euch von Nutzen war. Obwohl ich nicht selber in dem Kampf eingreifen kann, so kann ich euch doch ein bisschen Macht verleihen. Ich werde unseren Bodentruppen befehligen, mit ihren Untersuchungen zu beginnen. Wir müssen herausfinden, warum diese Flammenschutze mit Macht erfüllt werden. Genug gesprochen. Wir werden es schon noch rauskriegen, Natschara. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Raks Streitkräfte unsere eigenen dezimieren und dann wird ihnen nichts mehr davon abhalten, in den Tempel des Quells einzudringen. Wenn der Prophet der Flamme dafür verantwortlich ist, dass unsere Verstärkung nicht in den Traum eindringen kann, muss es irgendeine Aufzeichnung oder Mitteilung über seinen Plan geben. Wir müssen sie nur finden. Das muss nicht sein, das kann ja auch verbal übermittelt worden sein. Sucht auch Mitteilungen unter Fyrracks Streitkräften in den Himmelssteinfällen. Wenn wir ihre Bemühungen auf irgendeine Weise stören können, haben wir vielleicht eine Chance das Blatt zu wenden. Gut, wenn sie meint, dann finden wir da vielleicht auch tatsächlich was. Fyrracks Truppen in den Himmelssteinfällen drohen bereits damit, uns zu überwältigen. Ich fürchte, nicht einmal die vereinigte Kraft von Schildwachen und Urtumen kann gegen sie bestehen. Die Urtume tragen die Hauptlast der Offensive. Uns erreichen Berichte, dass die Jaradien versuchen, sie aus einem unbekannten Grund gefangen zu nehmen. Wir können nicht zulassen, dass Egyras schändlicher Plan aufgeht. Wie auch immer es aussieht, ihr müsst die Urtume auf dem Schlachtfeld finden und diejenigen befreien, die gefangen genommen wurden. Befreit die Urtume. Ja, da habe ich schon welche gesehen. Wir müssen erfahren, warum Khadgar uns nicht erreichen kann. Ich werde den Propheten aufsuchen. Beeilt euch, Merithra. Unsere Truppen halten nicht viel länger durch. Als wir die Klauen von Hyranoth geordert oder organisiert haben, beziehungsweise um die gekümmert haben, da... Ja, genau. Da hat man auch schon so Fehlerns gesehen, die da so gefesselt sind. Okay. Jetzt schauen wir mal. Pargament fetzen und den Wäumen hier helfen. Kettenmeister. Die haben extra Kettenmeister. Und die Pergament fetzen finden wir hier auch gleich. Das ist praktisch. Okay, ich muss jetzt die ganze Spieße hier rausziehen, damit die Urtume sich wieder befreien können. Die sind halt schon sonst sehr schlecht angreifbar, ne? Wobei sie auch ganz schön behäbig sind eigentlich. Aber halt stark und groß. Ich glaube, wir können uns eigentlich manche sparen. Wir müssen ja nur die Stäbe rausziehen. und die lassen dann wahrscheinlich eh los, wenn die Stäbe locker sind. Wenn die jetzt nicht, wenn der jetzt nicht sowieso aggro zieht, wenn ich hier ran rüttelle. Zack, Knochenwurzel geholfen. Die Jardinen können uns nicht zurückhalten. Okay, der nächste. Ahnenstamm. Dann machen wir jetzt mal nur die Stangen raus. Endlich! Ich muss zurück in den Kampf. und der nächste. Da oben irgendwo? Ach, oben drauf! Oha! Oh, aber der wird... Da sind gar keine Gegner, die sind schon tot. Praktisch. Aber verkohlt, oder? Müssen wir nur noch losmachen. Oh nein, er wird jetzt nicht den Baum anzünden. Oh, wie fies! Ja, gar nicht. Einen konnten wir nicht retten und jetzt noch einen. Oh, sieht ja toll aus. Flügel oben drauf. Oh, jetzt muss man doch mal so ein Mammut noch töten. Oder? Danke euch für die Rettung, Champion. Okay, jetzt brauchen wir noch so ein paar von diesen Aufzeichnungen. Aber eine Notiz, die Aufschluss darüber geben könnte, wie der Prophet der Flamme unsere Verstärkung genau fällt. Wer nicht? Okay, vielleicht kann ja Alex Strasa oder Würra North Meer damit anfangen. Da standen vorhin noch die Truppen und jetzt liegen hier die Toten und da vorne sind sie auch alle tot. Oh nein! Oh nein, oh nein, nein, nein. Also brauchen unbedingt Nachschub. eure Hilfe hat die Urtume dabei unterstützt, im Kampf gegen die Jaredin zu bestehen. Aber für wie lange? Wie viele werden wir noch verlieren, bevor dieser Kampf vorüber ist? So viele Opfer hat dieser Krieg schon gefordert. So viele sind gefallen. Zu viele. Ja, jetzt hat auch Alex Strasa keine Lust mehr zu warten und sich das weiter anzuschauen. Wenn Farak den Tempel des Quells betritt, wird nicht nur Amir Drassil brennen, Hans Azeroth wird mit ihm brennen. Schätzt das Geschenk, das ihr erhalten habt. Hoffen wir, dass wir aus den von euch gesammelten Mitteilungen etwas lernen können. Alex Strasa studiert die Notizen, die ihr ihr übergeben habt. Ihr Gesichtsausdruck ändert sich langsam von bedrückt zu hoffnungsvoll. Ihr habt uns vielleicht alle gerettet, Luna. Die Notizen, die ihr gefunden habt, haben zusammen mit Meritras Informationen Ascendias Plan offenbart. Die Flammenschutze, die den Tempel des Quells umgeben, blockieren unserer Verstärkung den Weg. Unsere Verbündeten werden Farak ablenken, während ihr und ich uns hinter die gegnerischen Linien begeben, um die Schutze zu zerstören. Wird das so einfach sein? Die Himmel sind erfüllt mit Drachen und ich muss sie vertreiben. Sobald ihr einen Flammenschutz gefunden und seine Verteidigung ausgedünnt habt, gebt mir ein Signal, um es zu zerstören. Ach, sie macht es dann? Zerstört Himmelsfeuer Geschütze und markiert die Flammenschutze der Primalisten. Wir werden die Flammenschutze zerstören, während Vyranoth Fyrag ablenkt. Signalisiert, wenn die Schutze weg sind. Das ist unsere einzige Chance. Das will ja nicht tun. Zu Befehl. Ich hoffe, es bringt auch was. Stellen wir uns Fyrag. Er war einst, mein Bruder. Gebt Acht. Wir haben heute schon zu viele verloren. Das ist halt Feuer und Eis, ne? Feuer und Eis. Und er liegt hier halt so schön eigentlich und hier auch Feuer Wasser. Okay, wo sind die Schutze? Oben? Dieser da? Himmelsfeuer geschützt. Jo, sieht so aus. Er ist Elite. Den sollten wir vielleicht meiden. Nicht, dass wir den nicht schaffen würden, aber okay, Nummer eins. Ist der Zweite? Können wir nicht signalisieren? Ach, wenn alle drei kaputt sind, oder? Ich dachte, sie hilft uns, die nachher kaputt zu machen und deswegen sollen wir ihr bei jedem Einzelnen dann sagen, wenn sie kaputt sind. Aber das ist erst die nördliche. Es gibt noch... Okay, jetzt können wir den markieren. Leuchtet zwar, aber wie sollen wir das markieren? Haben wir irgendwas bekommen? Nö. Oder müssen wir erst mal hier frei mal gucken, vielleicht kommen wir besser ran, näher ran. Ah, jetzt, ja, jetzt. Da, schau, Alex Raser. Hilfe, aber nicht mich, bitte. okay, aber es gibt im Westen auch noch welche. Wir müssen wahrscheinlich in jeder Himmelsrichtung. Gibt's dann welche? Oder zumindest in den wichtigen Himmelsrichtungen. können. Diesmal zünden wir davon ein bisschen weiter weg. Südliche Himmelsfeuer Geschütze zerstören. und den südlichen können wir jetzt auch abfeuern. Gut gemacht, Champion. Wir müssen gehen. Volltreffer. Nein, kein Volltreffer. Eure Herrschaft ist zu Ende, Alex Trasa. Ihr habt einst für ein Ideal gekämpft, Fyrak. Nun sucht ihr nur nach Macht. Ja. Und ihr seid mir im Weg. Amir Drassil wird niemals euch gehören. Eure Besessenheit zerstört euch. Das ist euer Ende, Alex Trasa. Die Drachenkönigin stirbt allein. Ich bin nicht allein. Nein. Jaina. Alle Faktion. Oh, wie cool. nicht. Ganz Azeroth hat sich gegen euch verbündet. Zeit, ihr werdet alle brennen. Verteidiger des Traums. Lasst ihn nicht entkommen. Azeroth steht hinter uns. Amir Drassil wird nicht fallen. Genial, dass die alle da sind. Und sind die jetzt auch? Nö. Wo sind sie? Ich hätte gerne genau geguckt, wer genau alles, aber halt die ganzen Fraktions Führer und alle sind da gewesen auf den Klippen und jetzt wird weiter gekämpft. Um fliegt Ibizian. Ich glaube, wir müssen erstmal hier reden. Das sind jetzt nur noch wieder Schildwachen, ne? Kalderei. Und jetzt konnten sie alle reinkommen. Barak mag sich zurückgezogen haben, aber er ist noch immer darauf aus, die Barriere zu zerstören, die den Tempel des Quells umgibt. Wir müssen durch die gegnerischen Ränge brechen und ihn aufhalten. Dort werden wir seinen Machenschaften ein Ende setzen. Ein für allemal. Es gibt eine Zeit zum Abwarten und eine Zeit zum Handeln. Wieder einmal kommen die sterblichen Völker zusammen, um einen Weltenbaum zu verteidigen. Es ist nur passend, dass wir ihre Anstrengungen mit einem Relikt aus dem letzten Kampf unterstützen. Das Horn des Szenarios. Ich vertraue euch das Horn an, Luna. Nutzt es, um unseren Verbündeten den Segen von Szenarios zu verleihen. Mit etwas Glück können wir uns dann einen Weg durch Verracks Truppen bahnen und einen Weg zum Tempel öffnen. Und vergesst nicht, eure Stärke einzusetzen. Jeder gefallene Gegner ist einer weniger, der zwischen uns und Verracks steht. Das heißt, ich soll auch so viele wie möglich beseitigen. Lasst das Horn des Szenarios erklingen, während ihr euch in der Nähe der Helden von Azeroth befindet und bahnt euch einen Weg durch Verracks Truppen. Das heißt, wir werden sie doch noch sehen, die Helden. Und sie springt davon. Die Drachenschwärme sind da. Wir werden den Himmel zurück fordern und ihr könnt uns dabei helfen, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden. Steigt auf euren Drachen und nehmt die Gegner über uns ins Visier. Ihr müsst euch nur auf sie stürzen und ihre Truppen überraschen. Euer Drache wird sich um den Rest kümmern. Bezwingt 15 gegnerische Protodrachen, die über dem Feld der Flammen fliegen, indem ihr sie mit eurem Drachenreit hier angehalten. Gut, ich werde melden, mein bestes tun. Zurück Kampf, Möge es der letzte innerhalb unserer Art sein. Ihr seid eine Träumerin Kleine, wie eure Mutter vor euch. Ja, das ist ihr Job. Okay, wir klären erstmal die Lüfte und dann die Bodentruppen. Wir steigen mal ganz auf und dann lassen wir unsere Runter segeln. Ah, nicht noch höher. gar nichts einfach. Klopp. Klopp. Oh, Sabellian, wieso leuchtet Sabellian? Könntest du auch so ein paar Powerkugeln sind. Wer in der Luft bleiben können und auch schön speeden. Es ist halt auch noch so ein Flupp Geräusch, ne, so Klopp. Und wir brauchen den noch Oh, die Hälfte haben wir. Oh, wir haben 15. Dann gucken wir mal nach unten und versuchen das mit dem Horn. Sollen wir das hier schon bemächtigen die Helden und tötet feindliche Kreaturen. Ne, wir müssen die Helden erstmal finden. Da unten zum Beispiel, da leuchtet einer. Wählen. Wählen, guck mal hier, ich hab was für dich. Dieser Baum wird nicht verschlungen werden. Ach ja, wir sehen ja hier die Punkte, wo die Helden sind, oder? Letzte Kriegerin, oh. Da hinten sind ganz viele. Oh ja, schaut mal. Das sind die Centauren. Vielleicht reicht's ja sogar, wenn wir die alle nur ermächtigen, dann müssen wir gar nichts töten eigentlich. Die Winde von Onara selbst tragen uns zum Sieg. Wen haben wir noch? Hier oben fliegt. Oh, tatsächlich. Onara ist auch da. Und Konzu kämpft mit. Das finde ich ja sehr nice. Heißt, dann kriegt ihr auch einen Buff. Oder der. Zorn des Szenarios? Wie drollig. Nutzen wir nächstes Mal das Kazoo von Konzu. So, wen haben wir denn da hinten? Sabellian und Vorurion? Das finde ich schön, dass die beiden zusammen kämpfen. und ich dachte, ihr wolltet sie rekrutieren. Ich bin vielleicht der Diplomat, aber auch ich habe Ansprüche. Die nicht. Okay, hier unten sind auch einige. Hier unten knubbeln sich welche. Wer ist denn da? Die Tuskar sind hier. Tuskar, Tuskar. Hier kommt, die kriegen auch ein bisschen Stärkung ab. Und die, die wir gestärkt haben, die sieht man auch nicht mehr als Punkt. Malorn ist da. Haltet Abstand. Er wird euch einschlafen lassen. So wie alle anderen. Und mich? Mich auch? Auch nicht. Zack. Ihr seid den Kampf verwickelt. wem habe ich den Agro kann ich nicht einfach weg. Einfach wegfliegen. Machen wir es doch einfach so. Ich würde gerne hier Bane ja genau die Heroen Hat er was abgekriegt. Ihr seid ein großer Krieger geworden, Bane. Mein Vater hat große Hufburen hinterlassen. Doch ich bin hineingewachsen. süß. Wie, wie, wen haben wir denn? Rexa ist da. Rexa. Rokan. Oh, nice. Alle sind da. Und Ten. Wie süß. Ah, das finde ich schön. Ich bin aber hier. Oh, so Kaki. Niefen sind da. Ah, macht er das sehr fein. Dann haben wir da noch. Hier, hier ist Tyrande. Troll. Und Jaina. Nein, das doch ist die Jaina mit Eis. Dann hier. Das Horn des Szenarios. Das ist lange her, seit wir Seite an Seite gekämpft haben. Wie damals gegen Archimond. Mal wieder Akko. Technisch unterwegs. Wen haben wir denn dahinten? Ja, okay, die haben wir eigentlich schon, aber da haben wir glaube ich nicht alle gesegnet. Aber das ist nicht so wild. Gucken wir mal, noch hier oben auf die Klippen. Da oben haben wir noch, Nostdormu ist da. Dann haben wir hier, das sieht aus wie Kul-Tirana, Toddi, Katka, Nalida, das sind die ganzen Vorschau sind hier. Magier. Magier, achtet auf eure Flanke. Herz wir haben Magier, heute nicht, hübscher Zauberer. Danke für die Warnung und das Kompliment. So, da haben wir Meiler Hochberg, Hamul, also hier sind die Tauren und hier haben wir den Mecha-Drill. Ach, wie alles so cool. Mir gefällt es gerade total. Man merkt es wahrscheinlich. So, jetzt haben wir noch ein Prozent, was wir vergeben können. Das können wir eben an ihn vergeben. Jetzt gucken wir aber noch, wer hier alles kämpft. Da ist ein Rorgan, das ist Gen und Celestine Entedank. Moira ist auch da. nicht, dass wir wieder sterben und Chromie und Aeternus kämpfen gemeinsam. Das finde ich ja sehr nice. Das finde ich sehr nice. Okay, und dann haben wir Lothremath Heron und Lothremath und Lilienfoss ist auch da und Meila hatten wir schon. Dann geben wir denen noch was an. Dann statten wir mal Bericht ab. Fyrag hat sich zum Tempeleingang zurückgezogen. Seine Primalisten versuchen die Barriere zu durchbrechen. Exzellent. Fyrags Truppen wanken unter eurem Angriff. Wir Drachen übernehmen von hier an. Dies ist unser Traum und ich werde diese Eindringlinge nicht länger ertragen. Dies ist unser Traum. Aber auf der anderen Seite war auch irgendwie der Traum aller. Der Traum ist ja wichtig. Ein wichtiges Ausgleich für Azeroth. Unsere Verbündeten kämpfen mit dem Segen des Szenarios. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis in den Reihen von Fyrag's Truppen Löcher entstehen und sie vor vor uns fliehen. A Mir Drassil wird verbrennen. Uh Oha. Oha. Propheter Flamme. Okay. Er sieht jetzt nice aus. Das Feuer Golem. Oder sitzt er oben drauf? Er ist es schon selber, oder? Kämpft gegen Szenarios, himself und Mechadrill. Okay. Wir haben endlich die feindliche Front durchbrochen, aber der Prophet der Flamme versperrt uns den Weg und er hat seine ganze Macht entfesselt. Der Prophet muss besiegt werden, wenn wir die Hoffnung haben wollen, den Tempel zu erreichen. Ich bitte euch, ihn zu stellen, Champion. Wir werden so lange seine Truppen zurückhalten. Das Ende ist in Sicht. Lasst uns diesen Krieg endlich beenden. Bezwingt den Prophet der Flamme. Der Prophet kann verschiedene mächtige Formen aus den Feuerlanden annehmen. Ja, wir sind auch nicht ganz alleine, so es aussieht. Schwanken im Zentrum. Nur der Prophet steht uns noch im Weg. Dann ist die Zeit gekommen, sein Feuer zu löschen. Wir werden euch vom Himmel aus Deckung geben, Champion. Dann würde wenigstens die eine Fraktion sehr stark geschwächt werden, wenn der weg ist. Der steht auf dem Feuer, die stehen auf dem Gras. Oh, wir sind aber nicht ganz allein. Guck mal hier, da sind auch nach Traktor, Viridia, Glutrash, Glutal, Suratel, Vena ist auch wieder da, Chandris, Halegos, ja, da sind ja einige. Velen ist auch wieder da, Maiev ist Kuralion, ja, den haben wir vorhin auch im Video gesehen, den habe ich vorhin gar nicht gesehen bei den anderen Truppen, bei den Bodentruppen, den haben wir hier noch Stellagosa, Lilian, Hadgar, ja, jetzt sind sie alle hier, uh, jetzt können sie alle da. Okay, ich helfe ein bisschen, nicht, dass wir doch sterben, weil ich nicht mithelfe, glaube, ich bin da doch ein bisschen essenzial beim Kampf. Ist das dann schon der Showdown? man sieht halt, wenn man so macht, dann sieht man den Kopf nicht, aha. Oha. Oha. Eine Flamme wird ewig brennen. Wieso? Du, du, du fällst gerade um, merkst du das? Ihr seid alle nutzlos! Beiseite! Diese Würmer fordern mich! Mein Wille wird dir Ende sein! war es plötzlich so einfach, die Barriere einzuschlagen? Wollte looten? Gibt eh nichts zu looten. Oh, die Hunger jetzt, ne? Ja. 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 Ich hab's gesehen. Oknatal? Ein Oknatal? Oknatal. Ja. Hm. Sonst hätte er einen Namen überm Kopf. Aber der Name ist nett. Dass er überhaupt frei war. Ach nein, die schreiben sich mit Apostroph, ne? Nun denn? Jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Rack hat die Barriere durchbrochen. Er muss von Verzweiflung gepackt worden sein, als er unsere Truppen näher kommen sah. Ich glaube auch, dass es Verzweiflung war, was vorher nicht ging, hat plötzlich geklappt. Wenn man so viel Schattenflamme auf einmal einsetzt, dann können wir uns auch einen Bogen aussuchen. Ja, aber ich glaube, ich hab sowieso bald einen besseren. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Für Rack mag den Tempel betreten haben, aber unser Kampf ist nicht vorbei. Dank eurer Anstrengung konnten wir durch seine Truppen stoßen. Es ist immer noch Zeit, ihn aufzuhalten. Ihr müsst eure Verbündeten versammeln und für Rack in den Tempel des Quells folgen. Wir decken eure Flanke. Seid versichert, dass ihr heute nicht nur Amir Drasil beschützt, Luna, ganz Azeroth wird brennen, wenn für Rack den Weltenbaum für sich beansprucht. Er muss aufgehalten werden, hier und jetzt. Dies ist das letzte Befecht. Betretet Amir Drasil Hoffnung des Traums und besiegt für Rack. Los, wir folgen sobald wir können. Und dann fliegt er hier hinten herum. Da dürfte eigentlich gar nicht zu sehen sein. Das Gute ist, dass Amir Drasil gerade ermächtigt ist in dieser Woche. Das passt mir sehr gut. Dann werde ich mir das mal anschauen. Ich war noch nicht drin. Und dann gucken wir mal, ob wir für Rack tatsächlich da drinnen das Handwerk legen können. und dann mit dem Untertitelung des ZDF, 2020